So, ich bin erst mal in Sicherheit. Alter Schwede, was hat gesessen? Kriegen wir hier Gratis-Money? Nein, leider nicht. Ach guck mal, ich hab was Tolles entdeckt. Vorhin, als mir langweilig war. Und was? Ja, du meint dieses Boy-Poster da. Hm, ne? Skibbings kriegt bestimmt was auf YouTube. Jetzt wird das Schwisch gesperrt. Arsenal, kann ich hier Muni kaufen zufällig? Geht nicht, oder? Äh. So, Bargeld kriege ich nicht. Dann würde ich sagen, wir machen... Das Nuttenboot. Zimus, ich brauche dir, wie du den Morgenstern hattest. Ach, ne Vulture, wir haben ja jetzt inzwischen ne Vulture, ne? Right now? Shit, shit, don't make it easier. Never said I would. All right, come and get me in the wheel. Hold on a second, Zee, someone's calling. I don't have much time, so listen carefully. There's a container of girls being brought in the Steelport by ship to replace... ...the morning's school, or treating the Saints. I sent you which ship they're on. Who is this? Do what you want with them. Hmm, I don't care. I'm not doing shit, until you tell me who you are. Viola the winner. Head of the Morningstar. Zimus, change the plan. Get Pierce. We got a boat to catch. Whatever you say. Yo, ich kann nicht mal wieder auf die Autos zugreifen. Geschweige auf dem Helikopter oder so. Ich sitze im Helikopter. Hä, was geht? Soll ich dich abholen, oder wie? Auf jeden. Ja, warte, ich komm kurz zurück. Ich kann aufs Domizil zugreifen, aber auf die Waffen nur. Aber alles andere ist... Ja, ich sitze halt absichtlich nicht in VTOL. VTOL ist zwar schneller, aber hier ist nichts cooler, gerade. Ich gucke mal, ob du die Raketen siehst. Das würde mich mal interessieren. Also noch sehe ich gar nichts. Nee, Haus ist im Weg. Aber ich höre was. Ja, ja, ich sehe das Haus. Na, ich sehe nur da einen Balken bis jetzt. Jetzt. Ja, ich sehe da was ankommen. Geh in die Deckung. Na, Chris, das sind auch nicht zu landen. Na, komm rein. Hä, du steigst bei mir ein, ist klar. Anstatt, dass du vorne in das Schützenteil einsteigst, ne? Konnte ich nicht. Ja, du bist ja ein Schütze. Oder willst du lieber einen VTOL? Nein, nein. Wir fliegen jetzt mit dem Helikopter. Zwei Kilometer. Eigentlich ist der Schützenplatz ja vorne. Nee, ich glaube... Warte mal, ich glaube doch, der Schützenplatz müsste vorne sein. Also, die Raketen kann ich nicht benutzen. Doch, rechte Maustaste. Nein. Wie jetzt? Mit rechter Maustaste zieh dich an. Und schieß nur. Ja, dann können wir die Raketen nicht benutzen. Die müsstest du benutzen können. Nein, ich kann keine Raketen. Wie soll ich die denn abfeuern, bitte? Komisch. Weil ein VTOL kann ja auch nur einer Schütze sein. Nö, es geht nicht. Als du eingestiegen bist, habe ich auch keine... Ich konnte ja nicht mehr an, hier ist mein Zielkreis weggegangen. Ein sehr schöner Helikopter. Ja, nee, wieso steigst du jetzt aus? Oh, Leute. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich bin verbuggt, okay. Ja, ich habe gedacht, weil es... Ihr seht, Leute, so kann man es auch machen. Na, komm, schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das? Nein, ich schaffe es leider nicht. Ja, nee, weil ich habe versehen, dich einfach eh gedrückt, weißt du? Ah, okay. In der VTOL ging ja, und konntest du irgendwelche coolen Seitenlagen machen oder so. Ja. Welche waren das, welche Tasten? Aber ich bin da. Ja, warte, ich komme auch noch. Ich konnte es gerade eben noch so... Ich bin mit dem Fallschirm rüber gesegelt. Ja, das habe ich auch versucht, habe es aber nicht ganz geschafft. So, was wollen die denn von uns? Oh, das ist ein Schiff. Oh, das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Wie, dass du alle B***er verletzt? Ja, lass mich darüber achten. Jetzt, los! Ich will meine neuen Arbeitnehmer treffen. Ne, he, hey, hey, Nutten, he, hey. He, 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 he. Das klang der aber auch. Das ist auch so. Wir müssen versuchen, uns auch zu töten. Wo ist meine Peacemaker? Mit der geht das auch nicht schlecht. Ich fühle mich hier wie mein Dreischussgewehr. Einen Raketenwerfer. Wo? Hier, bei mir. Wo, Sir? Die Saints-Rolle überall! Und hier sind Granaten. Da war so ein Fister-Teil gerade, ne? Norden! Ich hab zwei Noten gefunden. Norden! Oh, Haller. Oh, fuck! Wo geht das? Du hast vielleicht etwas gelitten, aber... Ich war für unsere Sache. Etwas? Ja! Hier ist noch so ein Fisterstuhl. Ja, ich hab noch ein paar Nutten gecrasht. Geh zu ihm und bleib nahe! Oh, fuck! Was ist denn mit diesen Leute? Oh, hier ist so ein elektrischer Stuhl drin. Oh, fuck! Geh weg da! Oh, okay, hast du schon. Ja, ich kann nur nix machen, irgendwie. Was hast du denn du gemacht jetzt? Hä? Ich mach das, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Was machst du? Ich riegel das mit den Leuten, ne? Noten! Noten! Komm her, warte, bleib bei mir! Wieso? Guck mal, es ist hier. Ey, ich hab gesehen, dass du die Riesenmaschine hast. Ich steck dir dein Rücken. Ah, hier ist auch wieder die Waffen. Geil, warte, das ist meine Waffen. Das ist meine, die hab ich, gell? Boah, Alter, ne Fist, äh, äh, ne Maschine zum Fisten, ey. Wenn er schön faust. Da kriegt die alte Ordnerin reingerammt, do. Oh, ja. Aber darauf stehen die Frauen doch. Ja, und schon wieder den Nutten. War's das etwa schon? Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Wir müssen die Leute abwärmen. Ja. Ich versuch's mal von hier aus. Das muss es bemerkenswert sein. Ich denke, sie lernen. Funktioniert so, würde ich sagen, oder? Ja. Kann man das, also, kann man das so abwärmen? Mach du die Kleinen, ich mach die Großen. Hörst du? Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Hold'em auf, while I'm coming in. No problem. Ich denke, sie sind nicht glücklich mit uns. Vielleicht ein bisschen. Ich bin dabei. Ladies, ladies, don't worry. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich werde. Ich werde. Ich werde. denn die wo sind die Gegner nur noch wo sind unsere Gegner hast nur noch 100 alter schädlich sind es auch nicht so die Minigun ist so etwas klein und unhandlich was tut das Ding her ich lag hier wir kriegen Besuch das ist unser achso ich habe mir gerade schon überlegt ob ich da vorne gar nicht reinfallen soll dachte ich auch gerade ach das ist er mit Lock-On wir haben den Lock-On dran okay auf die Mädels können wir nicht zielen wie die Syndicates auch echt alles dabei haben ist auch so du musst dich mal erwarten bis Lock-On ist ne hätte ich ja jetzt nicht gedacht die sucht sich das Ziel sofort das ist ganz cool ich weiß wie die Frauen am Schreien sind natürlich als ob sie ordentlich durchge... ja ich weiß ja da hängst an so nem Ding dran und wirst beschossen und irgendwo sehe ich so nen roten Dau der Fache oh ziel er fast bam wieso du kennst du deine Scheiße und na ... da unten na kommt da nichts irgendwas rechts von uns Tatsache ja ich kann aber nichts sehen ne ich auch nicht boah jungs äh sorry Ja, Mädels! Fokus auf fliegen, will ya? Da oben kannst du ein Loch anmachen. Sehr schön. Ja, sorry! Wir haben hier Panzerfäuste, mit denen geht's nicht ganz so schnell. Ja. Oh, warm! Gerade weil ich nicht gerade viel sehe. Ah, geschafft. Sehr schön.